stelle noch eine frage an dich und du musst schnell antworten ich stelle die frage auch schnell welche farbe hat das weiße pferd von santiago welche farbe das weiße pferd von santiago ist eine stadt in spanien welche farbe hat gelb welche farbe das weiße pferd von santiago welches tier dreht sich nach dem tod 150 mal um die eigene achse das grill hähnchen wenn das viral geht und tausend likes bekommt könnt ihr in den kommentaren entscheiden was ich als nächstes mache viel spaß es gibt einen sehr schönen spruch wenn du hässlich bist so wie ich aber ein sehr schönen charakter hast dann bringt das einfach gar nichts ist ja trotzdem hässlich bohr leute wenn es morgen schnell gehen muss öffne ich auch mal beide augen gleichzeitig was würdest du machen wenn ich dir fremd gehen was würdest du machen wenn ich dir fremd gehen abhauen laufen weg von dir run und dich umbringen hast du erst laufen oder erst umbringen ja was denn nun wenn du wegläufst kannst du mich nicht mehr umbringen erst mal umbringen dann weg laufen leute wenn ich sterbe wenn ich tot bin dann wisst ihr jetzt genau wer es war dann wisst ihr wer es war was hast du mir auf dem kopf eine mütze also leute wenn ich jetzt treffe mag ich kaffee würdest du aufhören mein kaffee zu verhandeln ich mag kaffee ich mag kaffee es ist mein kaffee schatz schatz ja ja wenn ich sterbe würdest du dann noch einen anderen mann nehmen das dauert zu lange weiß ich nicht das dauert zu was nein schatz natürlich nicht warum nicht warum jetzt alleine bleiben dann dein Leben lang ja am Arsch das Leben nochmal genießen hahaha wie man so lügen kann unruhe zu werden seht ihr das seht ihr das hahaha echt jetzt sie lügt sie hat viel zu lange gebraucht zum überlegen viel zu lange ja man muss ja mal überlegen ob man sich dann nochmal so einen Fleischpatzen am Arsch kleben will hahaha oder ne hahaha das war Spaß mein Schaf ich tut mir leid ich liebe dich und außerdem redest du laufen von Mann da hast mich noch nicht mal da heiratet ich äh Video beendet Cut wenn Kinder in die Schule gehen wo sitzen sie dann? auf dem Tisch auf dem Stuhl Schatz? ja? du? in der Schule wenn Kinder in die Schule gehen dann sitzen die gar nicht die gehen verdammt wollte ich gerade sagen wollte ich gerade sagen so dann ich